Gute Morgen liebe Fahrrad- und Naturfreunde und herzlich willkommen zu meiner neuen Radreise. Ich bin gerade angereist mit dem Auto hier zum Bahnhof gefahren nach Bad Karlshafen. Von hier aus fahre ich mit dem Zug weiter nach Gersheim und von Gersheim fahre ich mit dem Fahrrad zurück bis hier in Bad Karlshafen und zwar drei, vier Tage an der Fulda entlang. Jo, das Wetter ist prima, wir haben 21 Grad, bestes Radlwetter, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Ich hoffe, das bleibt die nächsten vier Tage so. Jetzt geht es erstmal in den Zug weiter bis Gersfeld. Viel Spaß und viele schöne Eindrücke wünsche ich. Ja, meine kombinierte Fahrrad-Zug- und Autoreise hat noch immer nicht richtig begonnen. Ich stehe hier in Weberer am Bahnhof und warte auf den nächsten Zug Richtung Fulda. Dort muss ich nochmal umsteigen Richtung Gersheim. Ja, genau so heißt es. Jo, ich melde mich dann von Gersheim nochmal, würde ich sagen. Bis später. Ja, pünktlich angekommen hier am Bahnhof in Gersfeld. Und ich werde jetzt erstmal zu meiner Pension fahren, mein Gepäck abladen. Wir haben jetzt inzwischen 16 Uhr. Und dann habe ich noch Zeit genug für einen Ausflug an die Fulda-Quelle. Die werde ich mal suchen hier. Und ja, ich hoffe, das klappt noch alles. Ich nehme die Kamera mit und berichte von unterwegs. Ach ja, hier haben wir ja gleich schon eine Karte. Da kann ich mal eben zeigen, was ich in den nächsten Tagen so vorhabe. Hier in Gersfeld geht es los. Richtung Fulda, das sind so 30 Kilometer. Dann Richtung Bad Hersfeld. Da werde ich vermutlich morgen übernachten. Das sind so 80, 90 Kilometer. Weiter an Melsungen vorbei. Hannover-Schmünden. Da fließt die Fulda in die Weser. Beziehungsweise mit der Werra, bildet zusammen mit der Werra die Weser. Und dann geht der Fulda-Radweg noch weiter bis Bad Karlshafen, wo mein Auto steht. Auf geht's. Ja, meine Pension liegt nur 500 Meter vom Bahnhof weg. Ich müsste gleich schon da ankommen. Kurz einchecken. Und dann geht's los. So, angekommen am Gästehaus Jäger in Gersfeld. Ging ganz schön steil hier hoch. Werde ich jetzt mal einchecken. So, dann machen wir eben kurz eine Roomtour, damit ihr das Zimmer auch mal gesehen habt. Sehr nett hier, sehr nette Leute. Fernseher dabei, den ich je nicht brauche, Schrank, ein Bett, groß genug für mich, richtig schön modern und neu eingerichtet hier. Badezimmer, mit Dusche. Ja, supi. So, und dann geht's gleich los. Ich hab das Gepäck abgestellt und werd jetzt mal hoch auf die Wasserkuppe. So heißt der höchste Berg hier in Hessen. Auf geht's zur Fulda-Quelle. Die Gastwirtin hat mir gerade gesagt, das sind rund 400 Höhenmeter, die ich da zu bewältigen habe, auf 6, 7 Kilometern. Ich geh das jetzt mal ganz locker an. Ich hab ja Zeit genug, bis heute Abend zum Essen. Jo, ich hoffe, dass ich dann auch noch nach der Fulda-Quelle auf den Berg rauf kann, auf die Wasserkuppe. Das wär schon klasse. So, über die Wasserkuppenstraße hinweg fahre ich jetzt erstmal in ein Waldgebiet rein auf einer Schotterpiste. Ja, und hier sehe ich zum ersten Mal die Fulda. Rein. Rein. Ja, die Bahn war heute ziemlich pünktlich. Ich war also um 16.02 Uhr schon pünktlich am Bahnhof. Und somit konnte ich das noch angehen, hier die Quelle zu besuchen. Ich hatte das eigentlich schon abgeschrieben, weil die Bahn ja meistens nicht pünktlich ist. Und um 6, 7 Uhr wäre ich hier nicht mehr hochgefahren. Ich bin ja jetzt übrigens schon auf dem Fulda-Radweg, auf dem offiziellen R1. Ich hatte mich für die Rücktour schon auf eine schöne Abfahrt gefreut, aber zu früh gefreut. Ja, zu früh gefreut, denn auf der Schotterpiste hier kann man nun mal nicht schnell runterpesen. Ja, drei, vier Kilometer von der Quelle weg ist die Fulda hier aber schon ganz schön wasserführend. Ja, wie schön, dass ich das heute noch machen konnte hier. Das hat sich schon gelohnt. Puh, aber anstrengend. Acht, neun, zehn Prozent ist auch mit dem E-Bike nicht ohne. Fein. So, angekommen in Obernhausen. Obernhausen ist schon in der Nähe der Fulda-Quelle. Ich denke, ich habe noch zwei, drei Kilometer. Fahrbahn frei, hier links geht es für mich weiter. Und vor mir die Wasserkuppe, wo ich nachher nochmal hinfahre. Hier schon ein schöner Ausblick ins Tal. Herrlich, wie liebe ich das. Ach, ich sehe gerade, eine Seilbahn führt hier auch hoch. Oh, hier gibt es sogar jetzt eine Abfahrt. Aber diese Höhenmeter, die kurbel ich nachher wieder rauf. Das sind zwar nicht die Alpen, sondern das Rhön-Gebirge. Aber dennoch, das war schon ein Ausflug wert hierher. Ich lasse mein Fahrrad jetzt hier stehen und gehe zu Fuß über diesen holprigen Weg zur Fulda-Quelle sind es nur noch 200 Meter. Auf geht's. Ja, Leute, ich liebe solche Quellen und die Herausforderung, wenn es auch nur eine ganz kleine ist, dort hoch zu gehen, hoch zu fahren und die Quellen zu betrachten. Da oben sind noch Menschen. Die einzigen, die ich bisher auf dem Weg hier gesehen habe. Noch ein paar Stufen und dann sind wir da. Ja, wie sitzt man hier schön. An der Fulda-Quelle auf einer alten Holzbank. Ja, das waren ein paar Eindrücke von der Fulda-Quelle. Richtig schönes, eiskaltes Quellwasser. Das tut gut. Wenn man sich da mal kurz das Gesicht mitwäscht, dann ist man wieder ein neuer Mensch. Fein. So, mein Fahrrad steht noch da und für mich geht es jetzt weiter hoch auf die Wasserkuppe. Da oben im Gegenlicht sieht man schon den Gipfel. Ein paar Höhenmeter muss ich noch. So, fast angekommen. Hier oben gibt es auch ein schönes Segelfluggelände. Auch für einen Gleitschirmflieger. Vielleicht erwische ich ja gleich noch ein paar. Angekommen auf dem Gipfel der Wasserkuppe. Ja, der höchste Berg Hessens. So, liebe Leute, ich genieße hier noch mal ein paar Minuten diese tolle Aussicht auf das Rhöngebirge von der Wasserkuppe aus. Wenn wir wagen, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good time's just begun. So, jetzt gibt es noch mal eine kleine Rundtour mit dem Fahrrad, bevor es wieder runter geht. So, noch mal ein Blick in die andere Richtung. Leider scheint die Sonne nicht mehr. Das ist ein bisschen diesig, aber die Bergspitzen kann man trotzdem noch sehen hier. Der Feldberg ist hier auch irgendwo in der Nähe. Der ist auch rund 850 Meter hoch. Da komme ich aber gleich nochmal vorbei. So, mit diesen schönen Ausblicken verlasse ich jetzt hier den Berg, die Wasserkuppe und fahre wieder zurück nach Gersdorf, Gersheim, wie auch immer und versuche da mal ein bisschen was zu essen zu bekommen. Ich habe heute nämlich noch nichts gegessen, bis auf ein Butterbrot heute Morgen. Ja, okay, dann auf geht's. Ja, von nun an geht's bergab. Ich habe auf dem kompletten Fulda-Radweg, ich glaube nur 400 Höhenmeter, innerhalb 250 Kilometern. Also das ist nichts, von daher, ich genieße die Aussicht nochmal und dann geht's runter. Ja, die Sonne kommt wieder raus ein bisschen und dort drüben kann man ein paar Gleitschirmflieger beobachten. Ja, mehr als diese zwei Gleitschirmflieger kriege ich leider nicht zu sehen. Es ist ziemlich windig hier oben, vielleicht fliegen deshalb nicht so viele. Aber ist nicht schlimm, für mich geht's jetzt weiter in diese Richtung, bergab. Ja, mir ist richtig frisch geworden da oben auf dem Berg. Zeit, dass ich wieder runterkomme hier in die Stadt. Und Hunger habe ich auch wie ein Bär. Also auf geht's, weiter runter. So, den Schotterweg fahre ich aber nicht wieder runter. Ich versuche jetzt ein bisschen über die Straße zu fahren, bis Gersfeld. Es ist ein bisschen angenehmer. Ich versuche jetzt ein bisschen über die Straße zu fahren, bis Gersfeld. Und wieder zurück in Gersfeld. Und wieder zurück in Gersfeld. So, hier gibt es eine Pizzeria. Ich hoffe, die hat geöffnet. Dann werde ich mir hier mal was gönnen. Aber leider geschlossen. Mist. So, ein leckeres Bierchen habe ich mir verdient. Und leckeres Schoschlik mit Pommes auch. Eine kleine Runde durch Gersfeld gibt's noch. Einечer Bierchen. Hier ist ein Leckeres Haus. so liebe leute ich möchte ihm kurz tschüss sagen es war für heute eine kurze tour die anfahrt war ziemlich lang aber ich habe noch richtig spaß gehabt an der fulda quelle und auf der wasserkuppe dem höchsten berg hessens abschließend eine richtig geile abfahrt gehabt 400 höhenmeter in 10 15 minuten danach habe ich noch ein bisschen gegessen richtig lecker in einem typischen gasthof hier in gerstfeld leckeres bierchen getrunken und jetzt bin ich auf dem weg zur pension die liegt hier direkt hinter mir ich bedanke mich fürs zusehen ich hoffe ihr seid morgen beim zweiten teil auch wieder dabei ich verabschiede mich jetzt ist inzwischen auch schon 20 uhr und wünsche euch was bis zum nächsten video ich bin raus groß zu hause bis dahin ciao und ja Musik 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 Musik